Hi zusammen, herzlich willkommen in unserem Zoo, der tierisch guten Vorbilder im KidStream 2020 der christlichen Versammlung. Wir haben Sam, Josy, Carlo haben wir verschickt, das ist die Schwester Carla. Wir haben Pitt, wir haben Paul, wisst ihr noch, wer das war und welches Vorbild dahinter steckte? Hannes, das größte Tier, was auch Pinguine frisst. Hieß John. Es fehlt jemand, es fehlt jemand, wir brauchten einen Namen für dieses Viech. Ihr habt alle eingesendet und gib mir ein J, gib mir ein I, gib mir ein M und zusammen rufen wir das Viech, J-Him, J-Him und freuen uns tierisch, wenn du wir einschaltest am Sonntag um 10.30 Uhr im KidStream der christlichen Versammlung Grenzburg. Bleib clever, sei schlau, bleib behütet. clap, sagge, hörhNein. iego 乾 Springsteen. cha